Und was hast du da gesehen? Das hast du es auch gemacht. Hier ist fernwohnig, aber hier unten waren wir dann auch noch. Überall warst du. Du hast auch immer das Dach gerannt, ja. Alter, es gab echt diese Säulen, gab es auch. Und hier hat sich ein Pärchen geknutscht, warte. Vielleicht steht das im Spiel auch da. Genau da. Und dann bist du runtergesprungen. Und hier an der Stelle, Frau Riech, an dieser Stelle wollte Stefan nicht verarschen. Hier guckst du dir diese Stelle mal an. Da hat er seine AK rausgeholt. Ja, an dieser Stelle, da wollte er, hat er mir erzählt, er ist so hingegangen, stand hier so da, hat sich so rübergelehnt, geguckt, übelst geil. Und dann guckt er so auf seine Hände und alles voll Ameisen. Genau dieser Stein, alles voll Ameisen. Das ist ein echt nicht, das ist ein GTA nicht, GTA ist... In GTA sind da Schusslöcher. Hä, und wie hat er dich da verarscht? Na, er wollte dann auch, dass ich hingehe und das auch mache. Ey, guck mal hier runter und so. Einen Spaß mit meinem Besten. Warum wusstest du, dass ich jetzt sterbe? Na, weil ich die Energieanzeige da unten betrachten kann. Ey, guck mal hier. 帆